Okay Leute, ich kann leider keinen Stream starten, weswegen wir jetzt einfach eine kleine Aufnahme machen. Ich hoffe das ist jetzt nicht allzu schlimm. Deswegen gibt es jetzt heute keinen Stream und lasst mich das eben kurz auf Twitter mal teilen, aber die Videoart wird, beziehungsweise es wird genauso aussehen wie jetzt eine Stream aufzeichnen. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier bei einer Stream aufzeichnung irgendwas zu... Moment, ich lauere ihn mal nicht auf, glaube ich. Ah doch, ich nehme schon auf, okay, gut. Gut, deswegen werde ich ja jetzt nichts ändern. Muss ich das eben jetzt auf Twitter mitteilen, dass der Stream heute nicht kommt, weil Internet doof ist. Ja, ähm... Ich habe das eben kurz... Ich habe gerade fünfmal oder so versucht und das ging nicht. Ich kann gerade wegen... ...verdofen... ...Internet... ...nicht... ...streamen... ...mache... ...statt... ...dessen... ...eine... ...Aufnahme... ...ähm... ...okay. ...gut... ...jedenfall... ...das heutige Track ist eine Fritz Limo... ...Apfel-Kirsch-Holunder... ...und die probe ich erstmal, weil ich habe dies noch nie probiert. Deswegen... ...Prost! Joa, ist okay... ...ja doch, ist schon... ...ja doch, ist schon nice. ...so... ... ... ...Wir machen aber weiter mit... ...Karmek... ...Aa sind wir ja... ...letztes mal ein bisschen... ...hängen geblieben... ...am Ende... ...vom letzten Stream... ...Stream... ...oh ne... ...do... ...jetzt wieder... ...completten vergessen... ...das wäre ja... ...hmm... ...hmm... ...oh gut... ...gut, gut, 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 gut... ...so... ...ja, ich weiß nicht... ...ich glaube ich werde es dann am Samstag sehen... ...wo ich dann in Köln bin... ...ja... ...Freitag würde es übrigens kein Stream geben... ...das habe ich ja schon am Dings gesagt... ...dass es da kein Stream geben wird... ...am Samstag und Freitag... ...ach ne, sonst spiele ich eh nicht mehr... ...oh, wie gut, direkt der Richtige... ...ä... ...aber Freitag spiele ich dann auch nicht... ...weil da bin ich... ...verdammt... ...weil da bin ich auf Gamescom... ...und mit der bespielt... ...wundervoll... ...ah, schade, falsch... ...ja... ...das ist mal übrigens Gamescom... ...okay, da ist der Richtige... ...verdammt... ...ich habe es schon wieder vergessen... ...was der Richtige ist... ...dammit... ...ich glaube du warst das... ...ja, gut... ...so... ...übrigens, die Aufnahme würde ungefähr... ...so lang gehen, wie... ...ähm... ...ja, seht ihr eh... ...wie ungefähr ein Stream gehen würde... ...wie so lange... ...also... ...alles okay... ...verdammt... 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 ...ah, es wird falsch... ... ... ...mh... ...du bist richtig... ...okay... ...oh, wie gut... ...falsch... ...schade... ...was doofe ist, wir sind in One-Hit... ...er ist das doofe... ...ich kann es noch so viele Pilze hinterher schmeißen... ...wir sind in One-Hit... ...und tot... ...so... ...er ist gerade übrigens... ...oh Gott... ...1916... ...ich werde dann ungefähr bis zu... ...20 Uhr aufnehmen... ...aber es wird dann ungefähr eine Stunde sein... ...verdammt... ...oh yes... ...wie gut... ...ah, schade... ...hoow... ...oh, wie gut... ...diert richtig... ...aaah... ...ja, schade... Verdammt! Damit... Wirklich jetzt! Ich will das jetzt endlich mal schaffen. Also wenn ich es nicht schaffe, dann lösche ich die Aufnahme natürlich. Ich finde ich auch, wenn das so dringend ist, wie eine Sucht. Obwohl es nur okay ist. Wirklich jetzt! Wirklich jetzt! Ich dachte, das wäre ein Pilz! Das ist der falsche Duo, Mensch. Gut. Ich will mich jede Runde ein Save-Said machen, Lul. Nein, das machen wir natürlich nicht. Lame. Ich hoffe, wir haben das richtige Timing. Hör doch auf damit, Edmund. Das ist doch doof. Jetzt sollte ich mir einfach merken, wo wer ist. Verdammt, wer war denn das jetzt? Also das andere. Verdammt. Timing ist anders. Bei der Blume. Boom. Nein. Nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Verdammt, das warst du gar nicht Hä, warum ist das jetzt anders? Das war's für funk, 2017 Das war doch Räume und der Ja Verdammt Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Wirklich jetzt? Puh Okay, einen Versuch habe ich noch Oh Okay, da ist das Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Und dann Die 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 Ops. 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 Ogo, der ist wieder in der Position. Ops. Ops. Okay, weiter Blume. Verdammt. Ops. Wirklich. 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 Der wird in der Regen desudenen. Wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020